Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind auf der Durchreise. Herr Birgitsch ist auch am Start da hinten. Hallo. Wir haben uns gedacht, wir überfallen mal unseren Andi. Ganz viele von euch fragen ja, ob ich überhaupt noch da bin. Natürlich bin ich noch da, aber wir haben einfach lange nichts gemacht, weil Andi erstmal seine Halle fertig kriegen musste und wir ja mit dem Lambo Motor dann erstmal einen Cut gemacht haben, als das schief gelaufen ist und dann dementsprechend hier erstmal keine Projekte hatten. Was aber nicht heißt, dass wir uns nicht mehr mögen, sondern wir mögen uns auch genauso und es gibt nach wie vor den besten Espresso hier und den werden wir uns auf jeden Fall reinziehen, weil mittlerweile ist die Halle tatsächlich fertig. Gucken wir mal. Alter, mit Klingel. Seelos, auch am Start. Wie geht's? Gut. Lachen wir nicht, du hast noch Zeit zum Autosaugen hier. Mahlzeit. Hi. Hi. Was geht? Du machst hier wieder ein Jägerauto fertig, ne? Ne, das Auto, ich musste abtreten. Das ist Auto von Frau geworden, ne? Hast du gerade an so einem Show in Shine Wettbewerb teilgenommen, ne? Ne, ich weiß auch nicht. Wie geht's? Ja, mittlerweile. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Wo wart ihr? Bei Bidas. Boi. Was habt ihr da gemacht? Willem hat die Vision, einen 2 Liter Saugermotor mit 250 PS zu bauen für ihre Rennstrecke. Geht. Geht. Auf jeden Fall. Und die Jungs bauen tatsächlich seit den 90ern so BMW-Motoren. Ja, aber die wissen, das geht auch 300. Ja. Sag ihnen, das ist zu laut hier. Nein, nein, nein. Wir wissen, dass das geht. Das Problem ist dann aber wirklich nach jedem Einsatz alles auseinander. Wie lange Trackday? Wie lange? Guck mal, der Koffer vom Strick, ne? Der hatte 265 PS oder so. Der ist in der halben Saison noch schleifer. Also immer vier Stunden Volllast. Also müsste eigentlich schon... Aber es war Boxer, oder? Ja. Ja. Einmal alles, ne? Ja. Alter, lass mal, bevor wir... Lass mal gerade einen Kaffee trinken. Ich hab auf jeden Fall gelesen, du hast hier so richtig geile Pistaziengebäck-Dinger. Ja. Das sind eigentlich nur noch meine eisernen Reserven. Und ich hab da schon angesehen, dass ich gar kein Espresso mehr kriege. Der Rest ist alles rausgehauen. Ah, hier. Maschine einrichten, ne? Wunderbar. Aber geil. Hier, ja. Aber wir sind noch nicht fertig, ne? Nein, aber echt geil. Ja. Ist irgendwie aber auch fast schon... Nicht in Anführungsstrich so groß, aber ich hab grad eine halbe Stunde meine alten Fußmatten besucht. Finde ich nicht mehr. Ja, also ich letzte Sachen suche, oder? Ja, ich suche einen ganzen Tafel, Alter. Ich überlege gerade, als ich letztes Mal hier war, war ich genau hier die Wand, ne? Ja, ja, richtig. Hier hingen die Plane runter komplett einmal. Wir stehen genau auf der Grenze. Das heißt, es war eigentlich sogar noch nicht mal die Hälfte von der einen, ne? Ja. Du hast natürlich nach oben in viel Raum verschenkt, weil du riesen hohe Decken hast, ne? Du könntest eigentlich eine zweite Ebene komplett einziehen, oder? Ja, so wird's wahrscheinlich irgendwann auch kommen, ne? Weil so wie ich dich kenne, sieht das ja schon so aus. Ja, genau. Das war eh immer der Plan, dass wir dann hier durchziehen können, ne? Allerdings muss ich auch sagen, ist zwar jetzt noch Winter, aber im Sommer, ne? Wird das hier, wenn alle Maschinen laufen, ganz schön warm. Und dann ist das mit der Deckenhöhung eigentlich ganz entspannt. Wir können Hochregal-technisch nochmal umbauen. Ich könnte, wenn ich Bock hätte, einfach jetzt in der Mitte noch so eine Hochregal-Reihe durchziehen, weißt du? Aber, äh… Und da sechs, acht Meter? Acht, ja. Acht, ne? Bauherr, du musst dich auskennen, Alter. Ja, ist schlimm. Ich verfolge dein Instagram. Egal wo du hinkommst, er guckt immer hier und da und da. Ich hab schon gerade deine Fenster vor der Tür, er war auch schon begeistert vor der Tür. Kein Kappen von der Entlüftung und so. Komm, Kaffee. Du willst Nuss haben, Alter. Danke. Machen wir gleich. Machen wir gleich? Machen wir gleich? Machen wir gleich. Alles klar. Es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter im Text. Gehst du weiter? Ja, erzähl mal. Du hast Fragen. Wo sind wir hier? Äh, du warst ja schon hier. Jawohl, da waren wir ja lange nicht so weit. Ja, genau. Das ist ja mittlerweile schon ein paar Monate her. Neues Subi-Performance-Headquarter würde ich mal sagen. Ich würde sagen, ein halbes Jahr ist das bestimmt. Ne, ein halbes Jahr nicht, aber vier Monate oder so. Äh, ne, ich hab schon gesagt, wir waren einfach nur länger nicht hier, weil a, du umgezogen, b, Lambo-Motor erstmal nicht einsatzbereit. Yes. Dann du erstmal große Baustelle. Ein bisschen, ja. Die jetzt hier fertig ist. Genau deswegen sind wir eigentlich hier. Wir wollten uns das fertig mal angucken. Und dann geht's irgendwann mit Lambo-Dita weiter. Ist noch nicht fertig. Fast fertig. Annähernd. Annähernd. Aber es sieht auf jeden Fall schon deutlich besser als sonst aus. Ja, wir haben echt noch ein paar Sachen vor uns. Alter, du hast eine neue Kamera. Ich hab eine neue Kamera. Ja, ja. Und geil. Ist gut. Super. Ja, bin happy. Und dann geht's mit Lambo-Dita weiter. Lambo-Dita auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall hab ich brauche. Hallo. Die Teile gibt's alle noch. Sind noch so, dass er mal nicht schrotty mitgenommen. Wie haben wir das Video beendet? Kannst du dich noch erinnern? Das letzte. Ja, ja. Gibt Billet halt. Ähm. Die Rekonstruktion des Modells steht an. Da hast du Kontakte. Das heißt, dein Plan wäre definitiv. Ist ja auch so voll und fräsen. Ein Billet machen. Eher normal. Guuuut. Okay, das Video nimmt eine Windupe heute. Sollen wir gleich anfangen oder was? Aber das war dir doch klar. Ja. Die wissen doch nicht, dass das schon fertig ist. Das ist schon fertig. Die werden wir auch gleich blocken und bauen nach ein, oder? Wir wollen doch heute einen Block eigentlich ab. Ach so. Ja. Stimmt. Nein. Spaß beiseite. Also der Zeitplan dafür ist natürlich saftig, weil, hab ich auch schon ein paar Mal gesagt, komm du hier erstmal an, mach das alles erstmal fertig. Weil eigentlich wolltest du ja unbedingt den Block damals fertig kriegen, bevor du umziehst. Ja. Der Drops war dann halt gelutscht. So. Wir hatten auch keinen Bock da jetzt irgendwas zusammen zu pfuschen. Deswegen, wenn hier alles, wenn hier alles steht und es wieder Spaß macht, Sachen zu machen. Richtig. Die Leute denken ja auch, du kaufst jetzt so eine Fünfachs, stellst das hier hin und dann geht's los. Wir haben jetzt, weiß ich nicht, wie lange wir die jetzt schon hier haben, seit drei, vier Monaten. Wir haben so jetzt unsere ersten richtigen Fünfachsteile gefräst. Letztes Video ist online, da haben wir das mal so ein bisschen gezeigt. Das war schon ein komplexes Teil mit so Hinterschnitten und so. Und das sind quasi die ersten Schritte. Du machst erstmal so ein kleines Teil, dann machst du ein größeres und irgendwann traust du dich an so einen Motorblock. Von der Grundkonstruktion, von der Grundfrästechnik wird das allerdings schon das gleiche sein. Also die Fähigkeiten sind da. Wir müssen die jetzt noch ein bisschen optimieren. Ähm. Ja, ja. Bis da, zehn. Die, die, die. Alle zehn weg, ja. Ungarn, ich hab noch nie so was kürzlich. Die schmecken richtig gut, ich mein's im Ernst. Hier vorne ist eigentlich Empfangsbräuch. Genau, richtig. Hier ist der Empfangsbereich, hier kommt noch so Couch und so weiter hin, ist geordert. Aber ist richtig cool geworden dafür, dass ich weiß ja noch wie das so war, als man hier im Eurobau drin stand. Ja. Richtig geil. Weil man fühlt sich so gar nicht mehr wie in der Halle, weil es fühlt sich wirklich so an, als wenn es so ein richtiges Bürogebäude wäre. Und als ich hier gebaut hatte, hat der Bauleiter dann gesagt, ja, lass uns doch die Wand hier ziehen, das reicht doch als Empfangsbereich. Du kommst rein, stehst vor der Theke. Ich sag, nein, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen gemütlich haben, ein bisschen Couch, ein bisschen Kaffeemaschine, wie sich das gehört. Hier geht's dann rein zu den Büros von den Mitarbeitern. Ganz hinten durch ist dann mein Büro, was ich mir allerdings schon mittlerweile wieder teilen muss. Ich finde die Raumhöhe auch geil. Okay. Was hat das? 3 Meter 50, 40, irgendwie sowas. Ja. Und ich wollte auch... Kaffee schmeckt genauso gut hier immer noch. Müsste sogar besser sein, wenn ich noch eine Filteranlage vorgebaut habe. Ich wollte auch unbedingt hier Glastür, Brandschutzglastür, dass du reinkommst und direkt auf Maschine guckst und so. Weißt du? Nicht, dass du irgendwie denkst, wir schicken alles nach Fernost oder so. Ja geil. Kriegen wir eine kleine Führung? Ja komm, hau rein. Ein bisschen. Go, go, go. Ich halte den Maxi offen. Danke dir. Sehr gerne, mein Schatz. Ja, ich sehe auf jeden Fall, dass du schon wieder eigentlich so ein bisschen Lagerproblem hast, ne? Alter, Alter. Das Hochregal haben wir jetzt, wir haben gerade Betriebsferien. Das erste Mal wieder, wir sind ein bisschen leer geräumt. Aber hier ist halt gerade Katastrophe, weil das machen wir gerade für Komplexbeleuchtung an. Da kommt der Billet V10 raus. Irgendwann mal. Ja, ja. Was meinst du? Und da kommt der Billet V10 raus. Da fällt der dann raus, richtig. Und ich habe es extra, als ich die Maschine gekauft habe, bin ich hingestellt und gemessen, ob passt. Funktioniert. Dieser Bereich hier sieht aus wie ein Lager. Das sind tatsächlich alles Bearbeitungen, die wir durchführen müssen. Das soll der Motor ein Montageraum werden. Ah. Ja. Hier kommt ein Schnelltor rein. Das wird klimatisiert mit Überdruck, dass auch kein Staub und so weiter reinkommt. Und dann wird wirklich nur Montage passieren. Hier sind quasi, wir gucken eigentlich durch Fenster gerade. Dieses ganze Baumaterial habe ich sogar schon da stehen. Das heißt Überdruck, damit am besten, wenn das Tor aufgeht, eher alles raus als reinziehen. Richtig. Und das geht echt? Ja, ja. Ja, klar. Brauchst hier aber, dann brauchst du so einen 50er Tial-Pop auf der anderen Seite. Was alle paar Sekunden, wenn man mal so aufgenommen hat, so pfff macht. Ja. R32 sehe ich. Alter, weil du hier durchguckst, was hier mittlerweile... Alles querbe, ne? Hier 1,8 T, M20. Wahnsinn, Alter. Ist wirklich einfach Wahnsinn. Wie ist sonst so? Auftragslage kannst du dich wahrscheinlich nicht beschweren. Ist immer... Nee, happy, übel. Ist immer voll. Jede Menge neue Mitarbeiter hast du mittlerweile auch? Wir sind jetzt beim neuen angekommen. Nein, aber deswegen sagte ich auch, war das auch gut, dass wir erstmal ein paar Monate, dass ich nicht ein paar Monate ständig hier... Ich habe ehrlich gesagt das Fahren fast schon vermisst. Weil ich wirklich gar nicht mehr in diese Richtung bin. Ich musste vorhin schon mal nachdenken, wie fährt man eigentlich nochmal Richtung Köln so ungefähr. Weil ich bin ja wirklich, keine Ahnung, alle zwei Wochen gefahren. So, und jetzt so gar nicht mehr. Läuft der Fiat eigentlich? Noch nicht ganz. Okay. Den haben wir... Der ist jetzt vor der Messe. Wart der so weit zusammen, dass nur noch Elektrik fehlt? Ja. Und jetzt ist Winter. Kann ich eh nicht mitfahren und so. Also jetzt in Ruhe Elektrik fertig machen und dann geht's los. Wir haben hier echt... Celo, guck mal was hier hinten steht. Das würdest du mögen. Mach ich mal los. Das ist auch BMW, oder? Das ist ne Corvette. Corvette? Irgendwas Corvette-mäßiges. Ist das nicht S65? Nein, nein, das ist nicht S65. Das ist hier der Nachgänger, der im Z8 drin ist. Welcher ist im Z8? Z8 ist S62, das ist der Vorgänger. Das ist der 5 Liter aus dem E39. Aber hier liegt auch irgendwo ein M5 V10, der ist auch geil. Den haben wir ja. Warte, das ist ja einfach zu finden. Der liegt nicht hier. Der liegt da hinten. Der muss geholt werden. Ja, hier ist Baustelle. Also hier soll Motor Montage bereit sein. Hier sind die Maschinen, die ich schon vorher hatte. Die kleine Haas läuft tatsächlich immer noch. Aber Andi, witzig ist, wie klein jetzt diese Maschine da hinten aussieht. Dafür, dass wenn du früher in deine alten Firma reingekommen bist. Vor allem die die Ecke. Das ist so die große CNC. Wirklich, ne? Und jetzt kommst du hier so rein und denkst, was ist das da hinten so in der Ecke? Ja. Ratet mal, was ist das hier für ein Motor? So. Wer weiß es? Vierzylinder. Boah. Wacht vor. Das ist aber irgendwas. Ja, Mann. Irgendwas kleines. Ist das irgendein Fiat Kopf oder so? Ne, ist schon zu groß. Also es ist schon irgendwas so. Mini. Und wir haben schon voll die Struktur. In jedem Bauteil ist ein Zettel. Dann gehst du zur Magda 2 und dann weißt du, was das ist. Geil. Das ist schon Innovation. Das Ding sieht auf jeden Fall riesig aus. Die habt ihr reingesetzt? Wir waren schon. Die waren schon drin. Ich weiß. Das ist irgendwas schon tausendmal. Guck mal, Kanäle waren sogar schon komplett bearbeitet und so. Ja, Mini ist riesen Szene. Da gibt's. Wir haben die Schaftdichtung gemacht. Jetzt werden die aufgerieben. Die werden einfach auf der CNC aufgerieben. Mit so einer Reibe. Null angetastet. Dann fertig. Perfekt. Ich hab einfach eine Reibe für 18 Euro im perfekten Maß. Euer Hoffmann hab ich bestellt. Jo. Regen hörst du aber hart auf, ne? Ja, ja, ja. Also falls der Ton gerade ein bisschen schlecht ist. Gehen die da alles gut? Ja, mega. Also ich hab mit dem Bearbeiter, der viel an dieser Maschine steht. Ich mach das ja nicht alleine. Da hab ich einen super Mann an der Hand. Und der kommt halt aus dem Maschinenbau. Der arbeitet eigentlich im Mühbereich. Für den ist das alles Spielerei hier, ne? Das sind Aufnahmen für Schraubstücke oder sowas? Das ist dann über Magnete oder wie läuft das? Ne, das ist quasi so ein Schnellspannsystem. Das bedeutet, da geht was rein und dann zieht ihr das auch nicht zu. Zeig dir mal kurz. Also wenn ich das jetzt hier mit Druckluft belaste, ist das lose. Mach ich Druckluft fest, ist das quasi, warum geht das nicht ab? Also ist das wieder fest und das sind so ein sogenanntes Nullspannsystem. Genau sowas, richtig. Und dann sind wir so intelligent und bauen uns direkt Platten. Das bedeutet, für einen Kopf eine Platte oder für einen Block eine. Ja, so wie, glaube ich, NG die Jungs das auch machen, ne? Hier ist zum Beispiel BMW N54. Da sind dann die Spannplatten, die Nippel drauf, weißt du? Ah. Das heißt wirklich einfach nur die Platte drauf. Du kannst eins zu eins festschrauben, antasten, fertig. Ja. Und dann, wenn zum Beispiel diese Closedec umbauten für BMW N54. Wirst du ja jetzt hier BMW neu legen, oder? Ja. Hier kann ich dir mal zeigen. Ja. Ja. Ja, ja. N54 hatten wir mit so einem 1000-Path-Ding angefangen. Genau, richtig. Aber das ist natürlich hier auf der Hermle zu machen richtig Frostlevel, weißt du? Hier ist N54 oder N55, kann ich nie unterscheiden. Also könntest du schon sagen, ist geiler auf der? Ja, ich hatte das auf der alten so gemacht, weil der Fahrweg war zu kurz. Hab die Hälfte gemacht. Ah, okay. Dann hab ich es eingesetzt, dann hab ich die andere Hälfte gemacht. Jetzt werden komplette Einsätze in einem Stück gemacht. Krass. Ne, sieht schon geil aus. Hier da ist der V10. Ja. Das Ding ist mega. Den besten Klang, den es gibt. Mit einer Eisenmann-Race. Formel 1. Das heißt, du arbeitest auf jeden Fall fleißig dran, hier, ich sag mal so, zum nächsten Schritt zu kommen. Dass das so ein bisschen, ich will nicht sagen automatisierter abläuft, aber schon so, dass du nicht überall so deine Finger im Spiel haben musst, sondern halt Block auf Platte, Platte rein und los geht's so. Safe, ja. Ja, das geht nicht mehr. Das ist... Ich nimm mir jeden Tag vor, heute mach ich das, das und das, ne? Und dann guckst du so halber Tag vorbei, verdammt, den ganzen Tag telefoniert, irgendwelche E-Mails beantwortet, irgendwie durch die Welt gefahren auf so schnelle. Kennst du auch gut, ne? Ne, wir sind gar nicht unterwegs. Das ist N55 und das war N54. Ne, das ist auch N55. Ey, BMW ohne N-Lip, wie die mir mit BMW die Bude vollwerfen. Schlimm. Frag ab jetzt Philipp. Hier ist so ein, in Anführungsstrichen fehlt noch das Schild, aber hier ist fertig abholen. Diese zwei unteren Regale, ne? Also so, dass wir das irgendwie hinbekommen. Dürfen wir noch gar nicht zeigen jetzt gerade, das kommt ja später im Video, die Abholung. Ach so, hier ist der V10 drin? Da ist der Bille drin. Ja, schön wär's, ey. Ne, aber ich hab auf jeden Fall Bock darauf, das Ding zu fräsen. Das heißt aber, wenn dann, willst du wirklich gleich Bille? Ja. Oder soll ich den alten Motor, ich kann den auch wieder aufspindeln, nachschweißen, alles möglich machen? Ey, ich hab ja schon bei deinem Video da gedacht, wo du beim Schweißen warst und so, ne? Geile Anleite, ne? Aber, weiß nicht, ich würd's glaub ich ehrlich gesagt auch nicht machen. Ne. Wollen wir da wieder so viel Zeit investieren, am Ende ist da wieder irgendeine Kleinigkeit, die nicht geht. Irgendwie nicht passt und so. Das ist glaub ich einfach auch. Weißt du, wenn man so sieht, was du sonst so in deiner Zeit hier erschaffen kannst. Bin ich davon und ganz bei dir. So ein Billetblock ist schon cool. Das war gleich lieber. Und es ist nach wie vor so, für 5.0, ich hab mit Dallas nochmal gesprochen, selbst die verkaufen noch keine 5.0er Blöcke. Also es gibt keinen, der so einen 5.0er Block macht. 5.2, ja, 5.0, nein. Ey, ich sag, wenn du mal irgendwie, wenn wir den machen und du verkaufst 3, 4 Stück, dann ist das schon. Ja, ne klar, den muss erst mal. Aber ich seh da gar nicht unbedingt so diesen 2.000 PS Leistungswahn hinter, sondern das Problem ist ja auch einfach nur, es gibt ganz viele kaputte Blöcke. Ja. Ja. Das wäre ja auch so ein Aspekt, einfach nur aus Reparaturzwecken so ein Block sich einst. Das ist Wahnsinn, was hier in den 5.2er-Serien da in Amerika durchsetzt. Der Francesco von IAP macht ja da die ganzen Kolben und Pleuel für die. Und der sagt halt, ich bin den ganzen Tag nur Lambo-Sachen am machen. Ja, klar. Und jetzt sind halt auch immer gleich 10 Kolben und Pleuel. Ja, richtig. Ja, Subaru sieht immer wild aus. Voll. Ja gut, das Ding ist aber auch all in. Was hat sowas dann, weißt du? Ich glaub, der peilt so um die, er peilt, glaub ich, um die 600 PS an. Aber da ist eigentlich nur Turbolader technisch begrenzt. Und daher, das Ding im Motorsport-Einsatz bringt ihm keiner. Er kann auch 800 PS auf dem Block fahren. Was ist das, 2,5 Liter? 2 Liter. 2 Liter. Krass. Er hat dieses ganz Komplexe mit keiner Kopfdichtung und diese speziellen O-Ringe und so. Ich glaub, das hab ich dir irgendwann mal gezeigt. Aber, ne, ist noch kein Billet. Ist noch normal. Billet hab ich da vorne. Sieht echt wild aus, ne? Der ist so krass, der Motor. Pass auf, das kommt aus der WAC. Okay. Ich zeig's dir mal kurz. Der Kabelbaum ist noch nicht ganz fertig gebaut. Man sieht's leider nicht. Da sind so Röhrchen, die in den Brennraum reingehen. Und wenn die Kopfdichtung sich an der Stelle abheben würde, würde Kühlwasser raustreten in das Röhrchen und in den Innenraum gelangen durch ein Rohr. Und man würde sehen, an welchem Zylinder der Kopf sich abgehoben hat. Nimmst du an dem Zylinder dann Zündung raus. Krass. Ich muss hier auch einmal ganz kurz Dackel-Content. Guter Dackel-Content. Was geht ab, Bro? Ich überleg' gerade, wo kann man so einen Motor reinigen? Käfer. Ja. Ja. Oder in so einen T2, um sie einzuhalten. So. Ja, ja. Achso, ja klar. Wie krass. Der saugt hier oben an, ne? Dann geht das hier in den Lader rein. Schon cool, der ansaugt wirklich kurz. Ja. Krass ist halt, wie viel Platz hier so ist, wenn du keinen Wasserkühler wärst, ne? Ja. Und die nach vorne irgendwie setzen oder so? Oder geht das da mit der Rudze? Das ist cool, da rum. Ja? Du drückst richtig rein oder was? Ja. Aber hier auch krass, so mit Bauschum und so, ne? Ah, das ist halt Rallycross, ne? Also die fahren sich in die Kisten dabei. Ganz viele saugen auch gerne oben auf der Haube an, weil da halt am wenigsten Dreck ist. Okay. Weißt du, es ist ja bei Rallycross, wenn du da schon so durch und alles, was hier unten läuft, kommt ja schon. Ja, ja. Ja, was hast du gemacht? Du musst eine Twin Busch fragen. Schlagen. Ich habe vorübergehend hier so eine Twin Busch-Mobile reingeschoben. Die war eigentlich nur eine Notlösung, eigentlich soll die Hebebühne da vorne hin. Ja, ja, ja. Ja. Schnell weg. Wir gehen. Ich habe nichts gemacht. Okay, also da kommt Klimaraum rein, sag ich jetzt mal. Montage, genau. Hier kommt die Reinigung und Zerlegung. Das wird auch zugebaut. Aber soll ich mal sagen, warum es noch nicht zu ist? Weil, liebes Deutschland will Baugenehmigungen für die Lagerhebebühne haben. Ah, verstehe. Und die sind noch nicht durch und bevor die Baugenehmigung noch nicht durch ist, baue ich hier nichts zu. Weißt du? Ja. Und wenn das aber so weit ist, dann geht es jalla. Rohmaterial liegt schon da drüben. Ja, ja, ja. Das heißt, hier auch zu, da zu? Genau, richtig. Da hast du die dreckliche Arbeit von der Zerspanung getrennt und die Zerspanung ist nochmal getrennt von der Montage. Ja, krass, wie schnell das immer geht und zack ist wieder. Das ist so wahr. Ich stand in dieser Halle drin und dachte mir, boah, wie soll ich die vollkriegen? Ich weiß noch, als wir hier waren, als das Schild gerade draußen angebracht wurde. Ja. Und da stand es ja wirklich genau hier und es war so, boah, geil, Alter. Ich habe geplant, da, 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 da sind, jetzt kommt die Tage, warte mal, kommt die neue Maschine? Ich habe noch eine andere Maschine bestellt, eine kleinere hier, sowas in die hohen Richtung. Ich weiß noch nicht richtig, wo ich die hinstellen soll, ne? Das ist alles noch nicht, dass ihr denkt, dass das hier, das ist auf Paletten, das auf Paletten wird noch umgestellt wird, weißt du? Wenn ich irgendwie mal fertig bin, dann wird das natürlich auf den Boden gedübelt. Und, aber sonst so, der Schritt von der alten Halle jetzt zur neuen Halle und so? Du bereust nichts, findest alles geil, war richtig. Ja. Ist zwar brutal Stress, aber… Ne, das heißt brutal Stress, man kann… Also die ersten Wochen… Weißt du, was einen viel mehr als, in Anführungsstrichen, kennst du besser als Unternehmer unter Stress setzt, wenn du irgendwie nicht deine Projekte verwirklichen kannst und nicht weiterkommst, Das nervt dich ja viel mehr als viel Arbeit. Ja, klar. Ich arbeite lieber viel, als irgendwie da auf der Stelle zu treten und denken, man, ich würde gern so und kann nicht so, ne? Das ist halt immer so eine Kopfeinstellung. Von nix kommt nix. Ich, Buchtmaschine, mega geil. Wir wuchten teilweise hier für diverse Industrie… Ja, zeig mal, zeig mal. Ja, es ist halt so eine moderne Wuchtmaschine. Also Schenk ist so Marktführer, was das angeht und das ist halt… Sieht auf jeden Fall schon… Ja, es ist halt eine coole Wuchtmaschine. Sieht schon spacig aus. Sieht nach NASA aus auf jeden Fall. Das Ding ist halt auch genau, also zum Beispiel, wenn wir von der Kurbelwelle, die dann 3 Gramm Unwucht haben, 2,2 Gramm wegbohren und die Späne auffangen, dann zeigt das Ding auch 2,2 Gramm an. Dann hast du noch 0,8 Gramm Unwucht. Schon cool. Wir wuchten hier tatsächlich mehr Industrieteile. Hier so Pumpenräder, Propeller für Lüfter. Da wuchten wir total viel. Die Leute haben das gesehen und dann haben die mich angeschrieben. Wir haben ja doch relativ viel Industrie in der Region und kauft sich halt nicht jeder direkt so eine Wuchtmaschine für ein paar Euro. Und ist super easy. Geil. Wuchten ist immer so eine Sache, jeder der wuchtet, erklärt es anders. Finde ich so, ne? Weil das eigentliche Wuchten ist ja immer nicht so, keine Ahnung, es ist ja irgendwie anders zu erklären, wie wenn ein Zylinder aufspinnet. Ja. Weil man sich irgendwie so mehr so vorstellen muss und nicht so zeigen kann. Also fürs Wuchten brauchst du auf jeden Fall Köpfchen und Zeit, ne? Und ich habe einen Ingenieur eingestellt, Motorenbauingenieur. Und der geht da drin so an. Ah, der ist der Wuchtdieter. Der wuchtet alles halt. Der liebt diese Wuchten, ne? Da gibt so ein Buch, irgendwie 400 Seiten, wie du alles mögliche wuchtest. Er liebt Wuchten, ey. Müsst ihr dann für jedes Teil wahrscheinlich auch erstmal nochmal Werkzeug bauen, das man suchen kann, ne? Nö. Oder geht? Ne, ne, das ist relativ universell. Du kannst das alles, ich müsste jetzt anmachen. Du kannst sie drehen, aufspannen, das ist easy. Weil man muss ja so, selbst so ein Propeller muss man ja erstmal irgendwie spannen können, dass der sich fassend dreht. Ach so, sowas. Ja, ja klar. Ich dachte, du redest jetzt von Kurvellen. Ne, ne. Da tust du dir dann eine Welle für packen, ne? Ja. Aber das geht eigentlich auch. Und oben? Oben haben wir unser Lager und da oben über, über dieser, über diesem Bürotrakt, wo wir gerade drin waren. Dort kommt noch ein Ingenieurbüro rein, das sich spezialisiert hat auf Reverse Engineering, Also 3D-Scan-Geschichten und so ein paar Sachen, ne? Hat ja total Spaß dran und kann man auch total viel, brutal viel Geld in so 3D. Also es gibt ja so 3D-Scanner Ebay, 5.000 Euro, so ein Bügelleisen, ne? Aber du kannst dir aber auch, du kannst dir aber auch so einen 3D-Scanner für 150.000 Euro kaufen. Finde ich eh krass, wie, wie breit da so die, die Spanne geworden ist. Weil ja gefühlt jeder halt scannt. Aber so wie du halt gerade sagst, gibt es ja auch genauso nochmal eine ganz andere Liga an Scannen, ne? Der Typ, der fährt zu Tunnelbauunternehmen, ich hab den Namen gerade nicht, und tut solche Bohrköpfe für die Tunnelbauer scannen, damit die die Zähne von diesen Bohrköpfen nach bau, äh, nachfertigen können, ja. Oder zu Volkswagen ist auch schon gut. Was, was bedeutet, äh, gelb, blau, grün, wo kann man vorstehen, schwarz? Äh, hat tatsächlich, äh, hat tatsächlich noch keine Orientierung, du musst dich hier an den, äh, Nummern. Also hier hätte ja sein können, dass irgendwie grün ist Wuchten, äh, das hier ist Hohnen, das hier ist Montage. Das war, ähm, genau, Zylinderkopf durch Blatt, das ist hier der Minikopf, ne? Also Nummer 2. Weißt du, was ich mir gerade frage? Ja. Wie haben die, die Betonstützen hier reingebracht? Baustelle heißt wir ja da. Baustelle. Aber das muss ja ein riesen Kran gewesen sein. Das war ein riesen Kran. Ja, vor allem, die haben ja einen Schwertransporter, weil guck mal, die haben ja, der hat ja gar keine Stütze hier in der Fläche. Das waren zwei Kräne. Das fangen ja alles komplett wie die Betonstützen. Ja, ja. Und ich kann dir noch was erzählen, lustiger Effekt zu diesen Dingern. Die sind ja aus einem gegossen, da drin sind Draht. Ja, ich sehe das, deswegen frage ich ja, die müssen ja in einem hier reingehoben worden. Erstmal der Transporter, der die ankam, das war ein riesen Ding. Wie lang ist der hier? Und der Kran? Äh, 30 Meter. Ja, das war auf jeden Fall, äh, 30 Meter ist schon. Pass auf, aber hier, ähm, der Hauptträger, da sind Drähte drin gespannt. Mit 60 Tonnen Zugkraft auf Zug gezogen. Und dann wurde das vergossen. Das bedeutet, der Draht da drin ist auf richtig Spannung daheim. Und wenn du da reinbohrst und du triffst den, macht's BAM! Also ich habe strikte Anweisungen, nicht ein Loch in diesen Träger zu bohren. Was ich auch witzig finde, ist, guckt an wie fett der Träger ist. Und wie klein der Träger im Verhältnis außen sein kann, wenn Leute Stützen dazwischen hast. Wenn man jetzt oben guckt, wie... Na ja, guck mal vor allem vom Volumen den an. Ja. Der hat ja richtig, bei dem ist ja richtig Party. Vorhin geht's schon. Ich finde, das Halte-Ding finde ich krass. Ja, ist schon krass auch. Nur weil halt genau da drunter gerade kein Träger war. Aber da hingegen sind die Auflagenflächen... Wollte ich auch gerade sagen, ne? Die Auflagenflächen, aber das ist halt Statik, ne? Das ist so... Wenn's auf die CNC fällt, da hab ich ein Problem. Ja, ich glaub, da haben wir noch weitere Probleme als... Ja, wenn da was kommt, ne? Wenn so die Grotafall... Boah, ja. Ich denke, hätte man das nicht nur nach Optik gebaut, sondern auch ein bisschen nach Wirtschaftlichkeit, dann hätte man hier mit dem Träger reingefifft. Aber das wäre irgendwie uncool. Hätte ich hier so einen Träger in der Mitte stehen. Also die drei Dinger, die waren richtig günstig. Ironisch. Also richtig günstig. Ja, ja. Ja, dass man so eine freistehende Halle findet, das ist wirklich selten. Und klar, nach Wirtschaftlichkeit hätte man die Fenster wahrscheinlich auch nicht so hoch gezogen, sondern hätte die Fenster wahrscheinlich nur bis, keine Ahnung, fünf Meter. Wobei das dann nicht, fünf Meter... Wir haben ein Flatbreak beim Fenster auch gehabt. Deswegen. In der Hinsicht ja da ein Energieverlust. Spare aber an Licht. Muss kein Licht anmachen in der Bude. Das ist halt geil, ne? Du stehst halt hier tagsüber drin und denkst, du stehst draußen irgendwo auf dem Feld. Das ist echt super, halt. Mich blendet das manchmal hier einfach. Wie ist hier mit Heizen? Wenn die Maschinen laufen, der Kompressor Luft kostet so viel Geld, ne? Also die macht so viel Hitze, der Kompressor, der da oben steht. Wenn du wirklich, wenn du hoch gehst, ist es richtig warm, ne? Also unten ist eigentlich immer entspannt. Guck mal, ich hab... Die Heizung ist aus, ne? Wir haben ja viele schon immer gesagt, dass Druckluft das teuerste Medium ist. Ne, ist so teuer. Boah. Wir haben immer brutal Stromkosten. Seitdem die große CNC eigentlich Tag für Tag läuft, ne? Ich muss dringend aufs Dach ein paar Elektro-Penels schrauben, Alter. Ja. Geil. Mega. So, ich würde sagen, kleiner Zwischenstand, wie es bei Sumi Performance aussieht. Geil. Freut mich auf jeden Fall, dass das hier schon so weit vorangegangen ist. Kann ich mir schon forschen, dass es gegenüber der alten Halle so ein kleiner Traum ist, der in der Füllung geht? Ja, wir haben eben darüber geredet, so wie du deinen Traum lebst mit dem Bau der Autos, lebe ich eigentlich meinen Traum hier mit Werkzeug und Maschinen und so weiter. Aber alleine auch so der Aspekt, jetzt vernünftige Büros zu haben. Ja, ja. Wo man sich einfach mal mit mehreren an den Tisch sitzen kann, wo jeder seinen Schreibtisch hat und so. Das war ja in dem alten auch. Das war Katastrophe. Jeder hat sich einfach irgendwo ein Recht an irgendeiner. Oder ich weiß noch die erste Zeit, wo er in den Baucontainer gelesen hat. Boah. Meine Frau schwanger, Alter. In dem Baucontainer. Zu zweit. Im Sommer da plus 40 Grad drin gewesen. Ja, ja. Richtiger Unmensch bin ich. Nee, richtig geil, dass das so geklappt hat. Wenn das alles richtig fertig ist, dann... Ja. Ich sag mal, wenn wir anfangen, den Billeblock zu fräsen, dann geht es dann richtig vorwärts. Ja, ja. Ich hab da keine Ahle. Ich hab da keine Ahle, ich komme nächste Woche wieder. Wenn man bedenkt, du wolltest 2017 mit dem Ding auf die Hochzeit kommen? Ja, wir wollten jetzt hier an dieser Stelle auf die Füße. Nee. Ist aber wirklich eins der Projekte, wo ich wirklich aktuell gar keine Ambitionen habe. A, weil wir auch zusammen diesen Motor weitergemacht haben. Das heißt, es stand für mich außer Frage, dass wir natürlich auch das Ganze auch zu Ende machen. So, und jetzt macht es ja in meinen Augen wirklich keinen Sinn, das nochmal wieder zu versuchen zu retten. Sondern jetzt muss dann wirklich eine Lösung her, die dann halt wirklich funktioniert. Hoffentlich. Und wenn das halt jetzt ein, zwei Jahre nochmal länger dauert, dann ist dann so. Weißt du, Andi, musst halt auch einen Block anfangen, der eigentlich schon in Anführungsstrichen verfrischend war. Doppelt. Nein, das Problem war nicht der Block. Das Problem war, dass die Grundkonstruktion der Buchsen eigentlich schon... Ja, aber das meine ich ja mit Block. Es gibt X-Szenen, wo wir uns die Buchsen angucken, ja, und sagen, Alter, so wie dünn. Das meine ich ja. Der Block, weil du hattest ja nicht so weit aufgebaut, der war ja schon so weit offen. Ja, fast. Ich hab da irgendwie noch einmal durchgespielt. Ja, aber du hast vielleicht drei Zehntel rausgeholt. Jetzt kannst du geiler werden. Genau, deswegen. Alles gut. Also ich hab da null Bauchschmerzen, wenn es ein bisschen länger dauert. Das wird schon am Ende geil werden. Aber das Auto wird geil. Jetzt kommt es auf das letzte Jahr auch nicht mehr drauf an. Und wenn, dann soll es halt auch Spaß machen. Ich hab in deinem Video diesen Raum gesehen, wo das alles von dem Ding drin liegt. Vor allem Hammerhart, er kennt jede Schraube. Frag den, wenn du ihn durchs Regalis sagst. Was ist das? Ja, das ist das. Und hier. Bau du mal Auto auseinander. Und versuch mal nach einer gewissen Zeit zu wissen, welche Schraube... Die Teile liegen wirklich seit fünf, sieben Jahren da. Ich würde radikal... Ich wäre aufgeschmissen. Ich könnte das Ding nie wieder zusammenhalten. Ja, doch. Wenn man sich erst mal mit beschäftigt. Yes. Ja. Soviel zum Thema Trostdorf. Wir ziehen jetzt noch ein Espresso. Yes. Und dann geht's mal wieder 300 Kilometer nach Hause. Ich hab's schon vermisst. Ja. Soviel dazu. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.